Wo bist du? Ah da. Ah, ernsthaft? Rettet mich mal. Ich habe keinen Stein mehr. Geh weit. Beiseite, beiseite. Ich finde, der Cleary macht seine Waffe gut. Ja, muss ich auch sagen. Der Schirm. Ich krieg's einfach, wenn der weggehealt. Ich krieg's einfach, wenn der weggelebt oder andere erwarten, dass hecht. Mutta, ich krieg's einfach, wenn das Hecht und schon ist. war ja schon bin ich hatte nun was soll ich da nicht tun also elende ist halt hier mit der führerzeit ich habe das Huhn schon wieder mitgekriegt was gab es Acadia jamar ja 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 ist ja store Entwickler der Insttor Hast du schon? Ok Sauber Da war es drin Naja hätte ich auch das Ich bin da drin Dann wird der Cap-Named Ja, wird der Cap-Named Ja, wird der Cap-Named Ja, wird der Cap-Named Disloot? Oh ne, den würde ich nehmen Hat jemand gerollt? Ja, ich habe gerollt Das ist Bakama Speer Ach so, jetzt habe ich den Schild Äh, der Ring jetzt gelootet Ähm Ähm Aber wird das Ding jetzt? Oder wird das gerollt? Ähm Wo ist denn das Ding? Ach, da oben Ähm Äh, gib mir 1,5 Mille Ja, mach mach Entschuldigung Ja, entschuldigung Echt ein Super Job Äh, ja fast schon Geh, gib mir auch wenig zu was Hä? Ich habe unseren Karri erst mal 1,5 Mille geschenkt Ah Ah Siehste? So Siehste, was siehste? Ja, definitiv Das ist gerade ganz böse Nacken gerade nicht Ich denke, wir werden auch gleich Äh Mit der Aufnahme jetzt hier eh stoppen Ähm Erst nach mein Level ab Ähm Was? Nee, komm Erst nach mein Level ab Achso, das meinste Ja, ja, klar Quest können wir da abgeben Haha Wieso erklärt das? Wir waren nur so scheiße Töne 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 Pflöte Söne Achso, falls ihr die Konservation hier lesen wollt, müsst ihr hier in Chat-Links lesen. Für die Leute, die wir gerade ein bisschen schweigen können. Chat-Link gerade mit denen. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, das vorzulesen. So, dann sagen wir mal... Danke, schön. Super-Run. Und dann inzwischen ab nach Bedos-Laden-Rückkehr. Bis zum nächsten Mal. See ya. Oh so, ich verpedelne. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus aus der Gruppe, du Sack. Warte, warte. Geh raus aus der Gruppe, du Sack. Warte, warte. Geh raus aus der Gruppe. Ja, der Cleary hat uns gewusst, mit wem er was zu tun hatte. Achso? Ja, ja. Er hat doch gerade geschrieben. Dann noch einen schönen Abend, Feier, Asu und Noris. Also Asu, naja okay, ne? Ja. habe ich gar nicht mehr gelesen war es zu schnell raus so bin free 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 my baker und so ähnlich verkaufen crap und so ich habe nacken ganz schlimm verspannt ich bin der war anstrengend war der eben hier pass auf ich pass auf pass auf macht du level 43 ich hänge hier noch mit paar und paar millionen hier oder so was ist das noch scheiße wo muss ich jetzt noch hin ich verkaufe erst mal ich bin so wofür alle sind ja hier weg damit da weg damit was das hier weg und das und weg das kann ich nicht bekommen was das doch geht klar was mit der kettenhose a crap hier abyss tiefen habe ich die eingesackt gehabt tatsache wollte ich gar nicht frisch aber nur fleisch die nächste war wieder eine arme sau vitales kartenstiefel mahlzeit kritt treffer brauchst du kritt 12 nämlich das ist aber nicht zu verkaufen oder was hast du ein paar mvs gesammelt angriff 3 parieren also ich habe ich habe 12 und angriff 3 habe ich noch liegen ja in dem euro nimmst du aus was du so krattenstiefel aber mv habe ich leider nichts naja ja dann nimm halt da nimm und frisst und verreckt daran so in der säcke jetzt gehen wir mal halt was zu verkaufen an der kann ich anfangen tp sei es für 47 und kann wie das ist bei die quest end zweimal tp die jüten sachen habe ich gekriegt ich habe geschenke das ding aus hübs oder unten kann ich noch zu bekästen ach das ist das kritt treffer abzuspusten die treffer abzuspusten immer ja da klar er holt die sachen raus die er braucht ich brauche mv kritt treffer abzuspusten level ab achso das stimmt ja da waren ja noch quest zum abgeben und was haben wir hier kritt treffer abzuspusten so was nehmen wir denn hier mv 25 ne krepp treffer abzuspusten immer magie verstärkung 25 alter plus 15 magie verstärkung alter ich glaub ich brauch's mir noch nenne was ernsthaft das hier finde ich es äh jenny kepler und eine laus das hier schlimmer die treffer ist noch an das hier gespräch mit beschützten die sind gleich die sind gleich hier vier stück ne äh ich nehm' mal an äh ich hab' nur drei ich hatte vier egal ach kannst du gleich wieder abgeben hier ja so ich muss jetzt ach platin platin gedöhnts hier hier ist ne scheiße ist äh penda muss ich penda eigentlich muss ich eigentlich muss ich eisgeil wort für sich volle energie da rast am arsch oh ich hab' wieder fertigkeiten ähm joa 70er 75er steinrad noch rausgeholt läuft läuft